hallo und willkommen zurück zu monster hunter welt was im wald lauert warte was arena im wald ja nicht in der arena ja das weiß ich auch nicht aber es ist so sich zum ersten mal ich glaube die einzige quest die das hat kommt bestimmt noch mal vor schauen wir uns dann erst abbauen kann überhaupt oder ob das überall nur heilung rauskommt aus allem also großschwert schild emma time gun lands oder das ist der normale land sind gar nicht oder ein bogen ach ja das ist schön okay ich möchte eine große schwert haben ich lass mir jetzt zeit zeit lassen aber wir haben doch einen rang den wir erreichen müssen kannst du nicht zeit lassen warte 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 und ich kann nicht warte ich habe nur nahkampfbeschichtung meine das ernst du hast es gewählt ich habe den gillimantel ich habe den herausforderer mantel ja habe ich auch beide das heißt okay es geht wirklich darum dass man sich hier selbst versorgt na dann da liegen kräuter ja stimmt keinerlei heilung unser hier hinten ja hier liegen kräuter da hast du recht da kriegen wir gleich ein paar tränke da fühle ich mich doch schon viel besser oh shit da ist auch gleich deine hilfe am drei monster wofür warte mal was soll die töten ja ich habe das kannst du gar nicht für mich machen was trocken na jetzt kann guck mal ob du dein grillspieß jetzt benutzen wartet die tropenration das heißt ich brauche kein grillspieß das ja meine ausdauer ist lang ja okay wie funktioniert das warum kann ich den so schnell essen weil die da weil es nicht dieses ekelfleisch ist sondern eine schöne ration gut verdaulich helfen uns die vögel oder warum gehen die gerade zu dem ich mag den bogen das bogen spielen ist so schön schnell und so stark habe ich das gefühl ja der bogen ist wenn ich das aufgeladener schuss genau das musst du dieser 50 jahr jägeran quest erreichen dass er anfängt zu kotzen weil dann kommen dekos raus nicht so wie hier wo essen rauskommt das ist aber er plus mit einer maustaste okay ach du scheiße er ist okay also der war ja wirklich einfach einfach werden ich meine sie sind perfekt ich kriege noch erste hilfe plus von seinem blut ja okay würde ich auch noch mit auch noch mehr bescheinung das sage ich nicht nein also ist der herausforderung der sorgt dafür dass das monster dich angreifen will also wenn ich mir nicht irre ich lese es dir einfach schnell lenkt die aufmerksamkeit von monstern auf dich wodurch du sie leichter anlocken kannst der effekt endet wenn du angegriffen wirst ich latsch da mal zum anderen hat baut das erz hier ab weil ich wissen will ob das erz erst und was kommt raus eisenerz und alle kamen zweimal raus ist das normal kommt mir nicht so vor nein und mir ist alles einmal drin ich habe kabbalit ärzt und lichtristall geht er muss jetzt gerade echt nachdenken wie ich meine beschichtung kraften kann herstellungsliste niedrige pilze giftpilze lämpel schlafkraut ok ich brauche kräuter keine nüsse da hinten ist ein taubes nüßchen lämpel dann kann ich mir ein bisschen was kraften oder herdern kann okay diese das war eine höchste schärfe da habe ich eine höhere schärfe ich brauch allein das schlusskraut und das war unnütz glaube ich warum schreist du immer sofort mann aber er bleibt gelb blau pilz ok er hat zweimal hintereinander geschrien das war schon was ich kann nur lähmungsbeschichtung für das erste mal vier schuss ich brauche die welt ich nehme den ausdauerkäfer blau pilze ich finde die richtigen pilze nicht gegengiftgraut ist aber nützlich normale kräuter honig wäre jetzt eigentlich mal ganz geil aber den habe ich verpasst ich weiß genau warte mal ich versuche mal zu dir zu kommen ja ich muss ja irgendwo durch die warte mal ich muss da hochklettern aber multindi ver TikTok und da vor auf r habe ich Valve diese reine steinfeld er ist gerade gegangen schade ja ja auch jetzt wieder auf kann man nicht ahnen jennat auf wechsel auf mega tränke auch honig perfekt ja okay er ist jetzt fertig angegangen schön glaube ich nicht weil die nicht existiert die rote war die anreise Okay, sure, träg den rum. Ich nehm mal das Material mit, weil das ist Hilo. Da gehst du nicht rein. Ich versuche ihn zu lernen. Ach, shit, was macht der denn bei mir? Ach toll, ich bin betäubt, das ist gar nicht... das ist jetzt nicht ganz so gut. Ja, wir kämpfe Feuer mit Feuer. Oh, sie hat jetzt mich genommen. Aber er hat mich runtergeschrien? Ja, wir sollten irgendwie versuchen, nicht gegen beide gleichzeitig zu kämpfen. Ich wollte eigentlich, dass sie gegeneinander kämpfen. Und nicht gegen mich. Du warst vergiftet. Ja, das war nicht der Grund, warum ich gestorben bin. Sie ist auf mir gelandet. Wieso sie? Ja, okay, ja. Diese Säcke. Ich wollte ja eigentlich nur in Anschein als zu kämpfen. Ich weiß nicht, warum er zu ihr läuft. Hä? Oh mein Gott, das hasse ich. Spiel, sag mir, was lang geht! Durch? Ja, unter anderem. Dann hier durch. Ach, die Waffe kann keine Schlafbeschichtung benutzen. Okay, schön. Der andere ist da, wo der Felsen runterkommt. Okay. Ich weiß nicht, was du von mir möchtest. Okay. Er will sich grad gar nicht bewegen lassen. Ach so, weil Akku wurde in dem Moment. Hast du ne Ahnung? Ich versuch grad rauszufinden. Oh. Was? Oh. Okay, war ich verletzt oder hab ich echt... Ich hab nicht auf dich geachtet. Ich weiß nur, dass wir nicht mega viel Leben haben. Ich hab grad versucht, rechts oben rauszufinden, was ich tue, um meine Beschichtung zu aktivieren. Ich hab's noch nicht rausgefunden. Ah. Okay, ich dachte, dass wir einen reichen, aber vielleicht stimmt das nicht. Nein, man drückt R und dann nochmal R. Ah, okay. Jetzt hab ich... Du musst quasi doppelt nachlappen. Willst du mich verarschen? Du hast mich gerade am angreifen abgebrochen. Da oben ist doch immer noch der Rater los. Was? Ich geh da einfach wieder da hoch. Ich glaub, der ist hier hoch. Der anderen hat es fast, äh, am K.O. gehen. Ja. Da hinten geht er wahrscheinlich hier hoch. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich ihm hilft. Okay, das war nicht der Kopf, den ich getroffen habe. Bitte? Ich wollt grad hochkommen und der kommt runter. Okay, es scheint zu wissen, ob ich bin, was gut ist. Ah. Willst du gegen sie kämpfen? Ich mach einmal Drachentöte, auf jeden Fall. Also wenn ich ihn jetzt... Ich will ihn ja jetzt nicht... Also er folgt mir wahrscheinlich gleich, wenn ich zum Anschein halt gehe. Ich weiß nicht, ob du das willst. Okay. Naja, vielleicht bring ich ihn hier hoch. Oh, hi. Hi. Oh, Steinos. Oh, hi. Ich glaub, die hatten jetzt meine K.O. auf ihm abgeboten. Na ja. Gut, dass das Feuer nicht hier runter kam. Das hätte es uns weh getan. Ohlala. Ist der noch lebt? Ich muss ein Feuerwerk ausgelöst. Okay, ich hab jetzt Lärmungsbeschichtung. Okay. Er läuft wieder weg. Ich flog davon. Ja, ich bleib beim Rathalos. Töte du das fähig. Ich krieg ja eh keinen sinnvollen Drop. Heilung halt. Er geht einfach wieder ins Nest. Der ist so fertig. Der hat keinen Atem mehr. Naja. War der Nahkampfbeschichtung bisher echt nochmal was eigenes. Okay. Schön. Was ist denn der Parabelschuss für ein Ding? Hä? Kam das grad von oben? Oh shit. Nicht unbedingt der richtige Moment für den Drachentöter. Ah. Er hat wieder Feuer. Ähm. Ja. Viel Glück. Viel. Ich bräuchte echt mehr Leben. Sehr schön. Hä? Was macht ihr die jetzt bei mir? Hä? Ach so, ihr seid immer noch dort. Ja. Er hat mich zum Glück an der Ruhe gelassen. Aber... Nicht so gut für dich dann. Ohlala. Kommt ihr zu mir runter? Um... Ich hab nichts zum Poisen zu heilen. Dann muss ich jetzt damit leben. Ja, das dauert. Da wollte ich aber trotzdem essen. Ah fuck. Als ob der jetzt hier runter kommt. Okay, ich hab zum Glück gegen Gifte. Für mich. Er ist wieder hochgegangen. Er wollte mich nur kurz vergiften. Einfach... Was haben wir denn hier für eines? Ein Schlafkraut. Was kann damit nicht umgehen? Da würde ich mich lohnt sich nur... Für mich lohnt sich nur Lämpeln. Ich hatte gerade Besuch von hinten. Ich bin doch ein Loch runter gedroppt. Ich hoffe, er kommt mir nicht hin. Ich bin nicht hin. Oh, der ist auch... Oh mein Gott, ich bin ja fast tot. Ähm, okay. Ich hab gerade meinen Heiltrank getrunken. Aber... Kann das sein, dass die Heilung noch nicht so ganz zählt, wenn man noch nicht ganz fertig ist und deswegen... der mich dann komplett umgebracht hat mit einem Angriff? Hä? Also, du kannst zuschauen, wie die Heilung dich heilt, wenn du sie nimmst. Klar, wenn du abbricht, hast du halt nur... Naja, weniger halt. Der Angeant ist tot. Oh, ist er jetzt gestorben. Doch wen überhaupt. Ich war jetzt gerade nicht mehr da. Dann doch dann runter. Du hast doch gesagt, die können das nicht. Ich dachte, die müssen die immer umbringen. Ich dachte, die müssen immer die Lasse machen. Ich bin nicht dort. Ich sehe ihn tot auf der Mini-Mail. Wenn du nicht dort warst... Ja, aber ich bin doch gerade verreckt. Wie heißt, wenn ich ihn... Ich hab glaube ich auch kein Gift auf dieser Waffe, oder? Oder so. Ne, da sind keine Effekte. Wohin soll er sterben? Schnell, komm her! Sein Schwanz ist ab, wann das denn? Äh, das kann ich dir nicht sagen. Warte, das war ich! Das war ich gerade mit dem Drachentöter! Du bist hier, greife ihn doch an! Oh shit, ich muss auf. Nehmen wir ja schon mal die erste Hilfe! Wozu die Mühe? Wir haben einen Haufen Megatränke! Einen Haufen? Drei Stück sind in meiner Augen kein Haufen! Ja, reicht doch erstmal! Okay. Das war nicht weit genug weg. Ich mag den Paraberschuss. Was war das? Auf mich anzuschreien! Ja, oder? Ah, toll. Ah ja, nehmen wir den ja auch noch mit. Hä? Warte mal, da ist noch ein anderer Schwanz auf der Map. Ah, wo ist das? Die, um, da war ein. Kann ich das auf M sehen? Ah, wir haben aber trotzdem mehrere. Okay. Let's go! Ich wollte die falschen Knöpfe gedrückt, aber das hat ihn garan. Oh. Oh shit. Ja, so schnell heil ich mich nicht mehr. Ich bin noch nicht mal aufgestiegen. Oh shit. Hier ist ganz klar. Ah. Na ja. Wir haben ihn gleich erschützt. Ich sehe nicht, dass er so gut wiederhole ist, aber gut. Oh shit, der nimmt mich mit. Bye. Tschüss. Die richtige Richtung zum Ausweichen. Was droppen die Jagd hast du hier eigentlich? Wahrscheinlich, ich weiß nicht, Heilung? Der modifizierte Wald. Dann auch eine Simploration. Oh shit. Hör auf rum zu fliegen. Aber diesmal habe ich aber Zeit, mich zu heilen. Holy shit, das dauert aber viel zu lange. Ah, was will er denn jetzt zu mir? Au. Okay. Okay. Nicht, nicht okay. Nicht, nicht okay. Er hat dich wieder hoch genommen. Immerhin kann er mich da nicht nochmal vergiften. Ah, er haut wieder ab. Ration hast du gesagt? Stimmt. Geht er aber schon hoch? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ist das nicht oben? Keine Ahnung. Okay, er ist weiter unten. Keine Ahnung, ich springe aber mal hier runter. Kann ja nicht so weit dann sein. Ah ne, da bin ich zu weit unten. Äh, okay. Ja, okay, keine Ahnung, ich schätze mal ein Anlager. 81. Hä? Okay. Er ist nicht ganz oben. Er ist aber auch nicht unten. Wo genau ist er? Ja. Da. Ah, Spiel. Sag mir, wo es lang geht. Ah, Spiel. Okay, ich weiß nicht, warum das zu ihm führen soll. Es geht gerade eigentlich nicht in seine Richter. Ich bin sehr verwirrt, wie kommt man da hin? Also, am einfachsten ist es von ganz oben. Oh, jetzt geht er zum Nest hoch, glaube ich. Oh, jetzt bin ich sehr. Ah, veranf. Ah, wird da hin. Oh, jetzt. Oh, das ist nicht so, okay? Oh. Oh, das ist das. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, Herr, oh, ja. Oh, ich bin. Oh, ja. Oh, oh. Ah ja, der Fender. Lass mich zuerst, bitte. Du zuerst, okay. Du bist auch hier. Oh, was? Als ob er mich schon wieder gegriffen hat, irgendwie, aus dem Nichts. Oh, danke. Du hast mal eine Heilung abgebrochen mit deinem Schrei. Sehr schön. Scheiße. Ja, ich konnte nicht heilen. Ich war vergiftet und lag am Boden. Das ist irgendwie nicht so geil. Wenn er nicht meine Heilung abbrechen würde mit dem Schrei. Und deswegen ist das Ohrsterbsel wichtig. Damit deine Heilung nicht abgebrochen wird. Ja, geh leider nicht mit dem Wasser. Ich mach gerade Sachen. Hast du nicht aktiviert? Ich will Wasser. Er hat es aktiviert, denke ich. Oh, wenn er mich jetzt da reinschleudert, bin ich weg. Oh, ich bin auf der anderen Seite. Komm, lass mich mich bewegen. Ich brenne nicht. Ich lebe also. Ich habe ja nicht mehr runter. Auf den Boden gebracht. Doch, mir schlagen. Auf zu fliegen, volle Idiot. Ah, komm. Ah, der Monster hat mich gestellt. 100.000 Mal. kann man denn nur so viel schreien ich habe es nur noch so nervig ist obwohl er schon tot ist ja okay ich muss nur aufhören zu laufen und schießen und dann passt das schon okay auf jeden fall krieg ich immer zwei eisenherz was ist eh das los 18 minuten es geht ein bisschen effizienter sind alle am anderen hinter der welt und dann macht der welt wir kriegen irgendwie nur die jägerkönigsmünzen gibt gar nichts anderes für die ganzen quest ja keine ahnung vielleicht war die schon vorher möglich ich bin mir nicht so ganz sicher wir haben ja länger nicht mal eingeschaut was bei ha 28 meinst du ja locker das hier hin was im wald lauert fehlt uns noch viel genau das hier kann ich jetzt auch löschen ok da geht das dann direkt mit denen weiter also kommt eigentlich noch die quest und dann geht das quasi auch weg welche quest kommt auf dieser liste was im wald lauert oh mein gott der beste der best das ist ja schlimm ok dass das ist kass das finde ich auch krass sie das jetzt wirklich machen irgendwann müssen wir sie machen oder über schon und mein leichter wird es ja eigentlich nicht wir werden nicht vergessen na tschau